Hallo liebe Fußballfreunde, ich wollte meine Meinung von Kaiserslautern und bloß vorbereiten von meinem Kanal. Meine B-Listisch habe ich verändert geworden von SFC Kaiserslautern 2022, 2023 und das neue Version. Aber es geht um heute gerade jetzt, auch wie, finde ich komisch, nur drei Spiele verlieren, aber Mark und Werben hat uns geholfen, trotzdem. Mal sehen, von Scherbenhaufen bis ganz hoch machen und ist nicht ohne Grund, wie dritter Platz wir sind von Kaiserslautern. Nicht ohne Grund, deswegen haben wir Mark und Werben, wir haben und es ist sowas. Mal sehen, warum Merken und Werben das raus schmeißt und andere Flitzbibel reinkommt. Und pehe ich einfach nicht. Warum Merken und Werben das raus schmeißt. Klar, Fußballfans sind auch Karl Schnauzer. Auch, ja. Aber Marco und Werben auch Beispiel. Karl Schnauzer ist. Und Gary Ehrmann auch. Aber das kann es nicht sein, von Leuten raus schmeißen. Von diesem Mund. Sowas ist. Es ist dann ein guter Trainer. Ein Stuttortrainer ist auch schade, dass es raus schmeißt. Sowas brauchen wir. Karl Schnauzer läutende Braunweer. Von Kaiserslautern. Sonst wachen unser Team nicht auf. Von Kaiserslautern. Versteht euch, Vorstandleuten. Welche Sprache reden euch denn? Englisch? Spanisch? Englisch? 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 Das Gold, Marke und Verben, wir brauchen diese Marke und Verben, wir brauchen wir. Es ist nicht ohne Grund, wie dritter Platz wir sind oder zweiter Platz, aber es ist gerade der dritte Platz. Es ist gerade Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Ich will jetzt diese eine Faison abhaken. Ich habe eine Faison Finale schon aufgenommen, ich habe. Die Faison ist genau, wie heute ist. Heute ist 2022. 2021, 2022. Diese Faison ist der Schluss von Kaiserslautern. Leider, wir müssen nicht spielen. Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Man tippt von Source 1 zu 0 oder 0 zu 1. Hin und zurück von den Spielen. Das habe ich deshalb getippt, jedenfalls. Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Bitte Kampf und Wille. So was wir gewinnen. Egal wie. Vielleicht 1 zu 1 oder 1 zu 0 zu drehen. Und es auch andersrum geht. Bitte. Diese Faison ist eigentlich total unrecht großartig ist. Drei Spieler verlieren. Aber das Problem von diesem Vorstand. Vorstand von Schiedsrichtern gestochen hat. Das geht nicht. Wir von Kaiserslautern, wenn sie nicht stark sind. Viel Spaß von diesem Video. Ich bin jetzt vorbereiten. Von. Nächste Faison von mich. Ich aufnehme Beispiel. Mh. 2022, 2023. Dann werde ich nächste Faison aufnehmen.